Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, herzlich Willkommen bei Kettner Edelmetalle. Mein Name ist Deutsch Benjamin, ich bin Chefökonom und Chefanalyst der Firma Kettner Edelmetalle und heute wieder mit ganz ganz speziellen Themen, denn heute geht es dann detailliert um das Helikoptergeld, wie man schon ganz gut hier im kleinen Bildchen hier sieht. Und es passiert ja derzeit sehr viel auf der politischen Front, allerdings in den Märkten, besonders in Gold, Silber, aber auch in Platin ist es relativ ruhig derzeit. Aber natürlich ist das nur die Ruhe vor dem großen Sturm. Derzeit geht es einfach darum, dass man vielleicht ja ein bisschen die Füße stillhaltet, bei Rücksetzern eventuell etwas nachlegt. Aber gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, dass man sich auf die Fakten konzentriert und sich nicht von dieser gigantischen Nachrichtenflut, die derzeit ja über uns einströmt, manipulieren lässt. Dann würde ich sagen, starten wir gleich ins heutige Marktupdate. Es wird super spannend, es geht um die Themen Helikoptergeld, die Federal Reserve und natürlich die Folgen davon. Ja, was hat Helikoptergeld für Auswirkungen? Wohin wird es wahrscheinlich gehen? Und das Thema müssen wir einfach aufgreifen, weil gerade jetzt in dieser Zeit, wo einfach Helikoptergeld salonfähig geworden ist, muss man es einfach nochmal ein bisschen detaillierter besprechen. Anschließend schauen wir uns dann das Casino-Flair an der Wall Street an. Ja, derzeit herrscht wirklich wieder ein sogenanntes Casino-Flair. Es geht richtig zur Sache, es sind so viele privaten Händler in den Markt gekommen, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und selbstverständlich muss man auch hier jetzt die Alarmsignale nochmal erwähnen, denn es ist natürlich kein positives Signal insgesamt für den Aktienmarkt, wenn so ein Spekulationsfieber herrscht. Und genau da schauen wir uns heute ein bisschen an, was hier in letzter Zeit passiert ist. Anschließend natürlich wieder den aktuellen Marktausblick für Gold und Silber. Wie geht es hier weiter? Ich habe Ihnen heute Wochenchats mitgebracht und schauen wir uns mal an, wo sind die Unterstützungen, wo sind eventuell die Marken, wo Gold und Silber ausbrechen wird. Und anschließend schauen wir uns natürlich wieder die Zuhörerkommentare an, beziehungsweise die Fragen. Wir beantworten immer drei Fragen in unseren Videos. Kommentieren Sie hier unter diesem Video. Drei Fragen beantworten wir immer. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns ein paar Fragen stellen würden. Ist immer eine super Sache. So, dann starten wir direkt los mit dem Marktupdate und zwar zum Thema Helikoptergeld. Am Anfang möchte ich wieder mit einem Zitat loslegen, denn das Grundprinzip, wenn eine Zentralbank die Inflation und die Produktion in einer Volkswirtschaft steigern will, die deutlich unter Ziel- und Produktionspotenzial liegt, wäre das Versenden von direkten Geldtransfers eine der effektivsten Methoden überhaupt. Und das kommt von Thomas Hirst von Pieria Magazin. Und der Begriff Helikoptergeld wurde das erste Mal von Milton Friedman in den Mund damals genommen. Das war 1969. Und schon damals wurde es zum ersten Mal mehr oder weniger, ja, zumindest mal durchdacht. Und jetzt, gute 50 Jahre später, 51 Jahre später, ist es wirklich salonfähig geworden. Helikoptergeld ist da. Ja, und deswegen schauen wir uns da heute an, was das für Auswirkungen hat. Ich habe Ihnen jetzt einen Graph heute mitgebracht über die persönliche Sparquote der US-Amerikaner. Wie man hier sieht in diesem Graph, die US-Sparquote der Amerikaner ist explodiert in der Corona-Krise. Das im ersten Moment mag man natürlich sagen, ja, das ist irgendwie ganz logisch, denn wenn natürlich alle im Lockdown sind und die Menschen das Geld nicht ausgeben können, dann ist die Sparquote natürlich hoch. Man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, dass natürlich jetzt 20, 30, 40 Millionen dann schlussendlich arbeitslos geworden sind. Und dann verwundert das schon natürlich, warum dann diese Sparquote so in die Höhe schießt, weil ja das Einkommen, also beziehungsweise die Sparquote rechnet sich ja aus persönlichen Ersparnissen durch das verfügbare Einkommen. Aber das verfügbare Einkommen bricht ja weg, wenn man arbeitslos wird. Und daher ist es interessant, diese Statistik anzuschauen. Aber seien Sie gespannt. Später schauen wir uns dann noch eben die persönlichen Einkommen an in den USA. Und da ist etwas ganz Spannendes passiert, wegen eben dem Helikoptergeld. Deswegen bleiben Sie unbedingt dran. Es wird super spannend jetzt. Die Fakten. Fakt ist, dass in den USA derzeit alle Personen, die unter 75.000 Dollar Jahreseinkommen liegen, 1.200 Dollar pro Person bekommen. Das bedeutet, eine Familie bekommt jetzt zum Beispiel 2.400 Dollar, solange das Jahreseinkommen unter 150.000 Dollar liegt. Und wenn man noch ein Kind hat, dann gibt es nochmal 500 Dollar obendrauf. Also ein Beispiel, Sie haben 2 Erwachsene, 150.000 Jahreseinkommen, 2 Kinder, gibt es dann vom Staat 3.400 Dollar. Dann weiter, Arbeitslosen. Die Arbeitslosen in den USA circa deckt 40 bis 45 Prozent des wöchentlichen Einkommens ab. Allerdings hat man hier auch in der Corona-Krise nochmal das Arbeitslosengeld erhöht. Das heißt, bis zum 31. Juli 2020 gibt es nochmal extra on top diese 600 Dollar zusätzlich zu Arbeitslosenhilfe hinzu. Und natürlich manche, die, sage ich jetzt mal, 1.000 bis 1.000 Dollar die Woche verdient haben, die haben da sogar einen Gewinn jetzt mehr oder weniger. Das darf man nicht vergessen, weil die verdienen jetzt mehr oder weniger mehr, weil eben durch diese 600 Dollar, wenn man jetzt circa 450 Dollar hat oder 1.000 die Woche verdient hat, 600 nochmal drauflegt, haben die jetzt schon 1.050 Dollar. Also das bedeutet, die haben sogar ein Plus hier im Gegensatz zu vorher. Und insgesamt wurden jetzt 267 Milliarden Dollar schon verteilt an insgesamt 159 Millionen Amerikaner. Derzeit gibt es ja circa 320, 330 Millionen Einwohner in Amerika. Also circa die Hälfte der Amerikaner hat Gebrauch gemacht von diesem Helikoptergeld. Und das entspricht auch circa 10 Prozent von diesem großen Coronavirus-Stimuli-Paket, das die US-Regierung verabschiedet hat. Und selbstverständlich muss man sich jetzt hier die Frage stellen, ja was passiert denn jetzt danach? Was passiert, wenn am 31. Juli 2020 diese extra Arbeitslosengelder von 600 Dollar, wenn die wegfallen? Ja, ich meine, so schnell werden die Jobs nicht mehr zurückgekommen in den USA. Das ist natürlich das Spiel, das die Regierung derzeit, da hofft man drauf. Man hofft, dass die verlorenen Jobs gleich wieder eben zurückkommen in die Arbeitswelt. Allerdings ist es natürlich eine große, ja wie soll ich sagen, auch eine Spekulation. Deswegen, das ist für die Märkte derzeit ein ganz wichtiges Thema. Dieser Ende Juli wird hier vielleicht nochmal verlängert. Natürlich muss man auch ganz klar sehen, wir sind in einem Wahljahr. Donald Trump wird natürlich nichts machen, was die Bürger weiterhin verärgert. Sie sind ja eh schon auf den Straßen. Und es gibt eh schon super viele Probleme in den USA und Ausschreitungen. Von dem her glaube ich, dass die US-Regierung hier weiter großzügig in die Taschen greifen wird und den amerikanischen Wähler und Wählerinnen natürlich unterstützen wird. Und daher, das ist Unterstützen für die Märkte, weil je mehr Liquidität natürlich auch über die fiskale Seite ins System kommt, ist das Unterstützen. Das will der Markt sehen. Der Markt will auf keinen Fall sehen, dass irgendwie Liquidität wieder rausgenommen wird, sondern derzeit braucht der Markt und verlangt auch danach von einer extrem expansiven Geldpolitik von der monetären Seite, aber auch von der fiskalen Seite. Man darf auch nicht vergessen, 66% des US-Bruttoinlandsproduktes macht der US-amerikanische Konsument aus. Und natürlich muss man den US-amerikanischen Konsumenten natürlich dann unterstützen. Ja, geh raus und konsumiere. Deswegen lasst man den Konsument hier sicher nicht hängen. Und man kann hier schon mit weiteren Helikoptergeldern rechnen. Man muss damit rechnen, dass noch was nachkommt. Und das ist natürlich dann wieder gerade für Gold und gerade für Silber wieder ein sehr, sehr positives Umfeld, ein inflationäres Umfeld. Und das einzige Risiko, das hier noch besteht, ist, dass ein Lockdown verordnet wird. Er selber hat eigentlich schon klargemacht, dass es keinen Lockdown mehr geben wird. Und das ist eigentlich so noch die einzige Gefahr, die wir derzeit haben, dass es nochmal Lockdowns gibt. Allerdings ist die Katze natürlich jetzt schon aus dem Sack. Es ist auch schon mehr oder weniger die zweite Welle unterwegs. Und das ist halt, sage ich jetzt mal, in dem Markt schon relativ weit eingepreist so etwas. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Aber es bleibt super spannend. Schauen wir, wie es weitergeht. So, dann schauen wir uns jetzt die Grafik nochmal an. Ganz interessant, die persönlichen Einkommen in Amerika. Und zwar, die persönlichen Einkommen explodieren gerade dank Helikoptergeld. Denn das persönliche Einkommen ist das Einkommen, das Personen als Gegenleistung für die Bereitstellung von Arbeitskraft, Land und Kapital erhalten. So wie die laufenden Netto-Transferzahlungen, die sie von Unternehmen und der Regierung erhalten. Und man sieht jetzt in dieser Grafik ganz gut, das ist die jährliche Veränderung des persönlichen Einkommens in Amerika, dass jetzt in der Corona-Krise die persönlichen Einkommen, die jährliche Veränderung so stark angestiegen ist, wie zuletzt in den 1980er Jahren. Ja, und woher kommt das? Da fragt man sich natürlich, woher kommt das? Ja, aber es ist jetzt klar, es kommt natürlich von dem Helikoptergeld, das die US-Regierung hier versendet hat. Und das ist eben genau das Spannende. Das könnte wirklich, zumindest von der Rezession her, eine sehr kurzfristige Rezession werden, die allerdings dann in einer großen Stagfration enden wird. Das ist sehr interessant, das zu beobachten. Das wollte ich Ihnen unbedingt heute zeigen, weil das spricht eigentlich nicht dafür, dass die Welt jetzt in einen deflationären Crash übergeht. Und jetzt schauen wir uns eben an, was hat die Federal Reserve gestern gemacht? Gerade jetzt hat die Federal Reserve wieder angekündigt, dass sie einzelne Unternehmensanleihen aufkaufen möchte. Und ja, was bedeutet das in der Praxis, wenn die Federal Reserve am Anleihenmarkt interveniert? Das bedeutet nichts anderes, liebe Zuhörer, dass hier einfach wieder Gewinne privatisiert werden, weil wer hat natürlich diese ganzen Unternehmensanleihen? Das sind die großen, die Großinvestoren, die vermögenden Kunden, natürlich vermögenden Leute, die eben da investiert sind. Und die werden mehr oder weniger jetzt rausgekauft von der Federal Reserve schon wieder. Allerdings darf man nicht vergessen, dass natürlich das mit Geld passiert, auch das aus dem Nichts kommt. Dadurch werden die Bürger über die Inflation, die dann später kommt, enteignet und die Gewinne werden eben privatisiert. Also das ist völlig skrupellose Politik. Und ich habe Ihnen heute eine Grafik mitgebracht, super spannende Grafik, die verrückteste Chart in 2020, meiner Meinung nach. Denn es geht hier um den sogenannten Investment Grade Corporate Bond ETF. Das sind alle Unternehmen in den USA, großen Unternehmen, die Unternehmensanleihen, die natürlich massiv zusammengebrochen sind in der Corona-Krise. Wie man sieht, das ist ein völliger Crash in Unternehmensanleihen stattgefunden. Die wurden auf den Markt geworfen. Und was ist passiert? Die Federal Reserve hat dann eben angekündigt, dass sie auch eben Unternehmensanleihen ETFs aufkauft. Das hat sie gemacht. Und natürlich, wer hat diese wieder? Das haben natürlich die vermögenden Leute. Und dadurch hat sie, ja, wieder einen ganz, ganz großen Bailout durchgeführt. Und dieser, dieser Anleihen ETF steht mittlerweile auf Allzeithoch. Es ist schade, dass wir in so manipulierten Märkten leben. Aber es ist, wie es ist. Man darf jetzt auch nicht jammern, sondern man muss einfach das Beste draus machen. Und dann schauen wir doch in diesen ETF hinein, welche Unternehmen in diesen ETF gelistet sind und nun frisches Kapital bekommen. Das ist zum Beispiel General Electric, Anhäuser Busch, das ist einer der größten Bierhersteller der Welt. Dann Microsoft Corporation ist dabei. Und natürlich die üblichen Verdächtigen, Goldman Sachs, Wells Fargo und die Bank of America. So, und irgendetwas läuft aber seit dem Jahre 2000 ja falsch. Das haben wir schon in den letzten Videos immer wieder aufgezeigt. Und in den USA ist es mittlerweile so extrem, dass 20% aller US-Firmen Zombie-Unternehmen sind. Das bedeutet, dass diese Unternehmen, die so hoch verschuldet sind und nicht mal mehr ihre Zinskosten eigentlich zahlen können und nur dank der ganzen billigen Geldflut der Notenbanken beziehungsweise eben der massiven Intervinierungen der Regierung noch überleben können. Und komischerweise war genau mit dem Start in 2000 auch der Beginn der Edelmetall-Hosse, weil hier hat genau der Zyklus gedreht. Deswegen habe ich heute wieder diese super Grafik mitgebracht. Gold hat hier mit 458% Rendite seit dem Jahrtausend wechselt. Ganz klar die Nase vorn. Zum Beispiel gegen den Nasdaq, der ja gerade gerade die Technologie-Börse, die ja so gefeiert wird derzeit schon wieder, oder der S&P 500, die 500 größten Unternehmen der USA, oder auch den Dow Jones Industrial. Auch diese drei Indizes hat Gold massiv outperformt und wie man sieht, performt jetzt auch schon wieder seit 2018 wieder massiv aus. Und das wird so weitergehen, bis einfach der Zyklus abgeschlossen ist, bis er vorbei ist und bis die Währungen schlussendlich vollkommen abgewertet sind. Eine weitere Grafik, die ich Ihnen heute unbedingt präsentieren will, ist der S&P 500 gegen die Unternehmensgewinne nach Steuern. Ja, herzlich willkommen im Fantasieland, weil die Unternehmensgewinne nach Steuern brechen massiv ein. Man sieht es hier gut in der Grafik, die orange Linie, wie sie nach unten wegbricht. Das heißt eben, es gibt immer weniger Unternehmensgewinne, logischerweise wegen Corona, aber was noch viel interessanter ist, ist, dass der Aktienmarkt hier weiter steigt. Und ja, warum ist das so? Das ist eben das billige Geld. Billige Geld macht es einfach möglich, deswegen gerade diejenigen, die gerne leer verkaufen, die da auf den nächsten großen Short hoffen, gerade diese Spekulanten haben massive Probleme derzeit, ja, weil don't fight the fat, ja, das kennen wir alle. Aber ja, die beste Form hier auf diese Entwicklung einfach zu wetten, beziehungsweise davon zu profitieren, ist einfach das System zu verlassen. Und das System zu verlassen kann man, indem man Edelmetalle besitzt. Ja, physische Edelmetalle, die man sicher verwahrt, ist einfach hier ganz klar, hat hier die Nase vorn. Das hat man jetzt auch hier gerade noch in der Grafik vorher gesehen. physische Edelmetalle performen extrem gut seit dem Jahre 2000 und werden auch jetzt weiterhin extrem gut performen und wahrscheinlich steht uns sogar das Beste noch bevor mit den Edelmetallen. Es werden sehr, sehr, sehr gute Monate und Jahre auf uns zukommen. Und man darf nie vergessen, eben im Jahre 2000 hatten wir die große Aktienmarktblase, im Jahre 2008 hatten wir die Immobilienblase und nun haben wir diese ganzen Schulden auf das Staatenlevel gebracht und jetzt haben wir eine gigantische Anleihenblase und die endet immer, zumindest war es in der Geschichte so, in Währungszusammenbrüchen. Und daher, Gold und Silber ist einfach ab jetzt super gefragt und wahrscheinlich eines der dominantesten Investments, die man in der heutigen Makrowelt noch tätigen kann. Ja, und die Fed kauft nun einzelne Unternehmensanleihen auf. Es werden, gerade gestern hat sie es angekündigt, 250 Milliarden Dollar werden bereitgestellt für einzelne Unternehmensanleihen. Die Käufe beginnen jetzt heute und die Federal Reserve bildet also quasi einen eigenen Index und es sind aber noch keine Details publik gemacht worden, was genau gekauft wird. Es ist einfach in den Markt hineingeschmissen worden, die Nachricht, 250 Milliarden werden wieder bereitgestellt für Unternehmensanleihenkäufe. Komischerweise hat das die Federal Reserve aber eben an einem Punkt gemacht, wo eben der Markt schon wieder verloren hat, 6 bis 8 Prozent verloren hat und das ist schon interessant. Es ist mehr oder weniger offensichtlich, dass die Federal Reserve keine fallenden Märkte mehr möchte und ja, das System wird einfach eben, koste es, was es wolle, gerettet. Es wird mit Liquidität geflutet, wie damals Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes und das machen die Amerikaner auf jeden Fall mindestens genauso gut wie Mario Draghi. Ob Unternehmen oder Konsumenten, jeder wird jetzt in Geld gebadet, jeder bekommt Checks von der Regierung und warum das so wichtig ist, warum ist es so wichtig, dass der Aktienmarkt nicht fällt, weil die obersten 5 Prozent der Erwerbstätigen zahlen 60 Prozent der Einkommensteuer. Davon ist eben überproportional der Anteil den Aktiengewinnern geschuldet. Das bedeutet, der Aktienmarkt muss eben weiter steigen oder sollte weiter steigen, damit nicht komplett die Steuereinnahmen der US-Regierung zusammenbrechen. Also fällt eben der Markt, dann fehlen auch große Steuereinnahmen. Und heute habe ich Ihnen eine nächste Grafik mitgebracht, denn die zeigt, die US-Steuereinnahmen stagnieren. Die stagnieren seit dem Jahre 2015, also schon bevor Trump 2017 die großen Steuersenkungen angekündigt hat, sind diese Steuereinnahmen schon stagniert. Und die USA hat also weniger Steuereinnahmen und weniger Nachfrage. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz wichtig. Sie hat weniger Nachfrage nach US-Staatseinleihen beziehungsweise aus dem Ausland. Das heißt, immer weniger ausländische Investoren vertrauen der US-Regierung und kaufen US-Staatsanleihen, um quasi dann die US-Defizite zu finanzieren. Und das ist eigentlich so das Interessanteste, weil die Regierung finanziert sich ja über Steuereinnahmen und über die Ausgabe von Staatsanleihen, die sie an Investoren verkauft. Und gerade heute ist wieder eine super interessante Grafik gekommen, denn es gab Rekordausverkäufe von US-Staatsanleihen im März und im April. Man darf das aber jetzt nicht zu sehr überwerten, dass sie komplett aus Vertrauen gegenüber der US-Regierung verschwunden ist. Es geht also gerade darum, dass ausländische Investoren und Unternehmen sich einfach von diesen US-Staatsanleihen trennen haben müssen, um mehr oder weniger in dieser großen Corona-Krise deren Dollar-Schuld abzubauen. Deswegen mussten sie eben Dollars kriegen gegen US-Staatsanleihen, um dann mehr oder weniger ihre Schulden abzudenken. Und deswegen hat die Federal Reserve so extrem interveniert und auch diese globalen Swap-Lines geschaffen. Das bedeutet, dass eben überall, wo Dollars fehlen, global außerhalb der USA, diese Dollars auch ankommen. Bis jetzt funktioniert das eigentlich ganz gut, aber wir sind hier noch nicht über den Berg. Das muss man schon sagen. Das muss man jetzt ganz genau beobachten. Werden wir in den nächsten Marktupdates auch immer wieder anschauen, wie es hier weitergeht. Ja, und jetzt gehen wir schon weiter zur nächsten Grafik, denn MMT ist nun endgültig da. Es ist Realität, die Modern Monetary Theory. Das bedeutet, die Federal Reserve kauft alle neuen Staatsanleihen auf, die in 2020 herausgegeben wurden. Und das ist eine direkte Monetarisierung der Staatsschulden. Also jetzt haben wir den Beweis, es ist eindeutig klar, alle US-Staatsanleihen, die ausgegeben wurden in diesem Jahr 2020, wurden also monetarisiert, weil man kann sagen, die Federal Reserve Bilanz steigt um knapp 3 Billionen Dollar, ist um 3 Billionen Dollar gestiegen und die Staatsverschuldung auch um 2,86 Billionen. Und eben theoretisch müsste jetzt also niemand mehr Steuern zahlen, weil die US-Regierung kann sich ganz einfach über die Notenpresse finanzieren. Das heißt, eigentlich braucht sie die Steuernahme nicht mehr, das Geld wird einfach gedruckt und damit werden einfach diese Defizite dann finanziert. Und ja, das ist mit Helikoptergeld gemeinsam so das Letzte, was man eigentlich noch machen kann in so einem Fiat-Geldsystem. Das Helikoptergeld und die direkte Monetarisierung der Staatsschulden ist das absolute Endspiel. und wir haben dieses Endspiel betreten und ja, jetzt ist natürlich dieses Umfeld für die Edelmetalle stärker denn je. Also es kann eigentlich gar nicht besser sein und jetzt geht es eigentlich dann nur mehr ums Timing, wann es denn weitergeht. Das ist eigentlich noch die letzte Frage, die man sich jetzt noch stellen muss. Das besprechen wir dann nachher noch im aktuellen Ausblick. Und ja, die Macht der Federal Reserve, der Fiat-Geldstandard ist vor dem Ende und durch diese ständigen Eingriffe, die im Geldmarkt ja stattgefunden haben, wird eben dieses Vermögen immer von unten nach oben transferiert. Das sieht man hier ganz gut an dieser Grafik, was seit 1971 passiert ist. Man sieht hier ganz gut, dass gerade eben die Top 1% Verdiener in den USA immer prozentuell mehr verdient haben und die die unteren 90% der Amerikaner also stagniert sind und das mehr oder weniger seit 50 Jahren und seit dem Jahre 2000 muss man hier noch mal drauf achten, ist es sogar gefallen. Ja, da ist es gefallen. Mit jeder Krise ging es tiefer und natürlich diejenigen, also die Vermögen, die Vermögen besitzen, die profitieren davon, weil die haben die Vermögenswerte und dahin durch diese sogenannte Vermögenspreisblase haben die natürlich super ihr Vermögen ausgebaut und das ist es eben. Das Geld fließt massiv in Vermögenswerte und deswegen muss man ganz klar sagen, wenn sie davon auch profitieren wollen beziehungsweise wenn sie da mitmachen wollen, was wir eigentlich ja alle gezwungen sind, auch wenn wir es nicht wollen, dann ist es natürlich Gold und Silber zu kaufen zum Beispiel, weil wir haben vier Vermögensklassen, wir haben die Aktien, wir haben die Anleihen, wir haben die Rohstoffe und wir haben die Währungen und alles was wir machen können ist irgendetwas von diesen vier großen Anlageklassen auszuwählen und diese Anlageklasse, die derzeit halt so interessant ist, gerade eben als Schutz gegen die Verwerfungen, die jetzt auf uns zukommen, ist nun mal Gold und Silber beziehungsweise die Edelmetalle, weil es einfach nichts anderes gibt. Man kann es natürlich auch so sehen, wenn man physisches Edelmetall besitzt, dann steigt man halt aus dem System aus. Ist einfach so, wenn sie jetzt ein ETF haben, haben sie immer noch drittes Parteienrisiko, sie haben immer noch nicht Zugriff auf ihre Edelmetalle, das ist einfach so, wenn sie es in der Hand haben, wirklich physisch haben, dann haben sie mehr oder weniger dieses System verlassen und ich glaube, ich glaube, dass das auch eines der richtigen Züge in der heutigen Welt ist, weil wir gerade einfach am Ende dieser ganz, ganz großen Zyklen stehen und irgendwann ist es einfach vorbei, irgendwann kann man nicht mehr manipulieren, irgendwann kann man nicht mehr umverteilen, irgendwann begehrt einfach dann die Masse auf und man sieht es auch derzeit eben weltweit, die Proteste nehmen überall zu und die Regierungen machen aber skrupellos weiter, das ist schamlose Politik. Auf der anderen Seite, es ist auch eine Chance für diejenigen, die natürlich wissen, was zu tun ist. Was auch gerade sehr abschreckend ist und warum gerade der Ausstieg aus der Finanzwelt relativ interessant ist, ist dieses Casino-Flair, was an der Wall Street herrscht und wir haben heute eine Grafik mitgebracht, weil die Spekulationsorgie im privaten Händlerbereich, die sogenannten Robin Hood Trader, die regieren den Markt derzeit und Robin Hood, das ist so eine Trading App, die was man am Telefon mehr oder weniger runterladen kann, da kann man einen Account öffnen und dann kann man kommissionsfrei handeln und das in Amerika das ist ein riesen Boom, gerade ganz junge, 12, 14, 15-Jährige spielen da mittlerweile schon mit ihren Handys herum und kaufen und verkaufen im Markt und man sieht es auch, dass gerade eben die kleinen Trader jetzt so viel Derivate handeln, wie es eigentlich ja seit den letzten 20 Jahren schon nicht mehr war, also die Spekulationseuphorie, die ist extrem hoch und das ist eigentlich immer ein Zeichen, immer ein Zeichen, dass man sehr, sehr vorsichtig sein soll und natürlich wird das auch ausgelöst und befeuert durch diesen Herren hier in der Mitte, durch Jerome Powell, der natürlich hier die absolut Geld, wie soll ich sagen, die Gelddruckmaschine angeworfen hat, wie noch nie zuvor in der Geschichte und deswegen ist es, glaube ich, alleine schon deswegen von Sentiment her, wo man einfach sieht, dass so viele kleine Spekulanten jetzt in den Markt gehen, muss man hier einfach ganz, ganz gehörig aufpassen und Day Trading ist ja eines dieser Parameter, wo man einfach sehr gut sieht, wie die Spekulationseuphorie in dem Markt ist und Day Trading hat absolute Hochkonjunktur und deswegen ist es so wichtig, jetzt antizyklisch einfach auch zu denken, gerade eben in Zeiten, wo alle ultra kurzfristig denken, jeder möchte die schnelle Million machen, am besten in einer Woche und da muss man genau das Gegenteil tun, man muss langfristig denken. Man darf auch nicht vergessen, dass gerade die Schafe beim Day Trading, die werden auf die Schlachtbank geführt, das ist eine ganze Industrie dahinter, das müssen Sie verstehen, die natürlich davon profitieren will, weil gerade Day Trading bedeutet, dass man ganz viele Transaktionen innerhalb kürzester Zeit macht, ist natürlich für denjenigen, der das anbietet, ein Traumgeschäft, ja, und für denjenigen, der dahinter sitzt und denkt, er wird reich damit, leider ein sehr schlechtes Geschäft, weil wer sehr schnell reich werden will, der wird auch ganz schnell arm, das ist einfach eine goldene Regel und das ist, hat sich immer schon so bewahrheitet und ganz ein wichtiger Punkt ist jetzt der hier, weil die Party muss man immer verlassen, wenn sie am Höhepunkt ist, ich glaube, dass wir schon sehr, sehr spät sind, und ich glaube, dass wir schon 4 Uhr morgens haben und die Leute schon sehr betrunken sind und da ist es doch immer das Beste, man sollte eigentlich schon vorher die Party verlassen, aber gerade jetzt ist es glaube ich noch der richtige Zeitpunkt, sich nochmal zu überlegen, ob das denn wirklich das richtige Spielfeld ist, wo ich denn noch sein möchte oder ob ich nicht meine Sachen zusammenpacke und mich auf etwas anderes vorbereite, also das sind so die ganz klaren Parameter, die wir derzeit sehen, zum Beispiel hier bei Google, die Suchen nach Fragen nach Day Trading und Call Optionen, also Call Optionen sind Derivate, die ist so hoch eben wie schon seit 16 Jahren nicht mehr, was auch ganz klar signalisiert, dass einfach die privaten Händler, die einfach gar keine Ahnung haben vom Finanzmarkt jetzt da einsteigen, man sieht es auch hier an diesen neuen Accounts, also E-Trade, das ist auch so ein Broker, wo mehr oder weniger wie viel monatlich neue Accounts geöffnet werden und man sieht auch hier, es ist eine stark wachsende Zahl an Accounts, die jetzt hier eröffnet wird und das sind immer diese ganz ganz großen Warnsignale, dass man sich von der Party verschüssen sollte und jetzt zu diesem Mann in der Mitte, der eigentlich eben, ja ist ein ganz cooler, der Dave Portnoy, ist sehr bekannt mittlerweile geworden, hat 1,5 Millionen Twitter-Follower und der steht mehr oder weniger für diese Armada von Day Traders, die derzeit auf CNBC sogar interviewt wurden, also sogar im öffentlichen Finanzfernsehen werden diese Leute interviewt und der hat ganz klar gesagt, dass Warren Buffett mehr oder weniger jetzt ausgedient hat und er ist jetzt der neue Käpt'n des Finanzmarkts und der filmt sich auch selber wie er jeden Tag um halb vier zum Beispiel wenn die Börse öffnet, wie er spekuliert und CNBC berichtet sogar über seine Gewinne oder Verluste. Also meine lieben Zuhörer, was ich Ihnen sagen will, das ist wirklich Endzeitstimmung, okay, das ist etwas, wenn ich sowas höre und lese, bin ich ganz ganz vorsichtig, ja und wir haben derzeit eine sehr hohe Volatilität im Markt und bei einer hohen Volatilität sollte man eigentlich immer was zurückschrauben, ja für sie es physischen Edelmetallanleger ist es jetzt nicht so wichtig, sie können einfach ganz entspannt da sitzen und eben die ganze Show genießen, aber natürlich für diejenigen, die dann auch aktiv sind im Markt im Markt, muss man immer sehr vorsichtig sein, die Schwankungsbreite ist hoch, es sind sehr viele kurzfristig agierende Marktteilnehmer unterwegs, das sorgt meistens für sehr große Ausschläge und es ist einfach ein super gefährliches Umfeld derzeit, aber eben für Edelmetallanleger genau das will man eigentlich sehen, man hat die Party bereits verlassen und deswegen schauen wir uns jetzt den aktuellen Marktausblick zu Gold und Silber an, auch wenn es derzeit wieder ruhig war in Gold und Silber, schauen wir uns mal die Performance an vom MSCI World ETF, also man muss auch immer sagen, 65% von diesem MSCI World ETF ist die USA, allerdings haben wir schon öfter in unseren Kommentaren mitbekommen, dass eben ein bisschen kritisiert wurde, dass ich immer den S&P 500 zeige, weil der MSCI World ja besser performt und deswegen habe ich heute mal den MSCI World mitgenommen und seit eben dem Zyklustop 2018 im Jänner, Februar haben wir uns mal die Performance angesehen und das verglichen und man sieht hier wieder eindeutig Gold hat die Nase vorne, weil das war einfach das inflationsbereinigte Aktienmarkt hoch, damals im Jahre 2018 im Februar und seitdem hat Gold 28,49% gemacht, der MSCI World, das muss man sich mal vorstellen, obwohl eigentlich global ja überall von Aktien gesprochen wird, eine Aktien-Euphorie herrscht, ist der MSCI World sogar im Minus und das seit zweieinhalb Jahren, liebe Zuhörer, ich glaube das ist schon, wie gesagt, die Zahlen lügen niemals, wir haben hier minus 2,9% Rendite, Gold mit 28,49% und der Goldminen ETF sogar mit 37,62% Rendite, auch wenn es unter hoher Volatilität alles abläuft und das sehr, sehr hohe Schwankungsbreite, was sehr schwierig ist für Anleger, weil mit dem umzugehen ist nicht leicht, das weiß ich, aber man muss immer das große Bild sehen, deswegen zeige ich Ihnen auch immer diese Grafik und gehe ein bisschen weiter zurück, weil wenn sich das mal visualisiert und das immer wieder man sich anschaut, dann wird es einfach klar, dass es oft das Beste ist, einfach nichts zu tun und gerade derzeit, wo alle ja diese Spekulationsorgie feiern, wo so viele kurzfristige Marktteilnehmer in den Markt kommen, muss man eben einen Schritt zurück machen, sich hinsetzen und einfach nichts tun und das ist gerade bei Gold und bei Silber derzeit auch angesagt. Schauen wir uns nun den Gold-Wochen-Chart an, wohin geht es hier weiter? Wir haben heute zwei wichtige Marken mitgebracht, das ist erstens mal die 1760 Dollar, die schaltet den Weg frei, wenn sie gehandelt wird, bis auf 1820 Dollar und hier wird es dann ganz interessant, weil wenn wir die 1820 Dollar auf Wochenbasis schließen können, dann ist der Weg wirklich frei bis 2000, bis 2300 Dollar und auf der Unterseite muss ich sagen, viel Downside haben wir jetzt nicht in Gold und Silber, allerdings 1550, 1600 Dollar könnte man auch mal sehen, es würde mich sehr wundern, wenn wir noch mal unter 1450 Dollar gehen sollten, das wäre wirklich etwas sehr, sehr Unerwartetes, der Wahrscheinlichkeit, da gebe ich jetzt maximal 10% Wahrscheinlichkeit, dass das noch passieren kann, würde aber das große Bild nicht zerstören, bis eben zu dieser 1260 Dollar Marke, das habe ich schon öfter erwähnt, aber dahin muss man einfach sage ich jetzt mal durchhalten, wenn es soweit ist, das ist die Volatilität, die man akzeptieren müsste, allerdings eben ist das sehr unwahrscheinlich und viel mehr werden wir uns in dieser Range jetzt wahrscheinlich im Sommer von 1550, 1600 bis 1750 bewegen, allerdings muss man eben ganz klar sagen, wenn die 1760 gebrochen wird, dann kann es noch mal einen heißen Sommer werden und dann kann es auch sehr interessant werden. Wie gesagt, das Beste aktuell ist einfach nichts tun und natürlich, wenn Rücksetzer kommen, kann man sich noch überlegen, ob man eventuell noch etwas ins Portfolio kauft. Schauen wir uns nun den Silber-Wochen-Chart an, Silber, auch eine sehr interessante Lage, da haben wir derzeit eben dieser Range zwischen gut 19 Dollar und 1650, unterstützend wirkt hier die 1650 bis 1670, wenn wir da noch mal deutlich darunter geraten, kann es noch mal sein, dass wir in den 14 Dollar Bereich eintauchen, aber auch hier, den gebe ich ein sehr geringes, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das noch mal passieren wird, viel eher ist die Frage, wann wir die 19 Dollar auf Monatsbasis knacken können, weil wenn wir das schaffen, dann wird es ganz interessant in Silber, weil dann stehen 40 bis 50 Prozent Kursgewinne auf dem Anzeiger, weil 26 bis 28 ist so das nächste große Widerstandslevel, da ist eigentlich komplett der Himmel frei bis dahin, deswegen, das ist schon eine große Chance, möchte ich auch immer wieder erwähnen, Silber für mich das attraktivste Edelmetall ab jetzt, ich glaube auch, dass Silber eben Gold ganz klar outperformen wird und eben gerade für die nächsten Quartale ganz, ganz interessant sein wird. Gut, dann schauen wir uns heute schon die Zuhörerkommentare an und damit den Abschluss von dieser Marktanalyse. Michael L. fragt uns, großartige Analyse, Frage, mit Energiepreis im Keller wird die Inflation noch auf sich warten? Wo und bei welchen Produkten werden wir die Inflation zuerst sehen, denken Sie? Also erstens mal merken wir die Inflation ja alle schon seit gut 20 Jahren. Wir merken schon, dass die Mieten ständig steigen, wir merken auch, dass der Warenkorb eben in den Supermärkten teurer wird, wir alle merken, dass die verfügbaren Einkommen nicht mehr weiter steigen, also wir alle merken eigentlich schon, dass wir ja enteignet werden, aber eben schleichend so langsam, so langsam, so langsam, man kann sich halt immer wieder ein bisschen weniger leisten und weniger leisten und wo derzeit halt die Inflation wirklich ist, ist in den Vermögenspreisen und Gold, Silber ist ja auch ein Teil dieses großen Anlageuniversums und gerade hier wird sich die Inflation halt ganz klar zeigen die nächsten Jahre. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, genau in welchem Rohstoff man die Inflation sehen könnte, ich glaube aber trotzdem, dass gerade die Rohstoffindizes, Bloomberg Commodity Index oder auch der Reuters Rohstoffindex massiv ausbrechen werden im nächsten Jahr und dadurch sieht man eigentlich die Inflation dann überall. Ich glaube, dass die Rohstoffe eines der besten Anlagen in den nächsten Jahren sein wird. Welche genau das sind, muss man dann eben kurzfristiger noch mal schauen, das kann man so jetzt nicht noch genau bewerten, aber selbstverständlich spielen die Edelmetalle hier gerade jetzt, weil wir am Ende dieses großen Zyklus sind, eine riesengroße Rolle. Kommen wir zur nächsten Frage. Yonnes schreibt, Platinblase 2008, Palladiumblase 2020, alles ist zyklisch. Super Yonnes, du hast dir absolut recht, alles ist zyklisch, das sage ich auch immer. Platin ist relativ zu Gold, so billig wie noch niemals zuvor. Oder, Edelmetalle sind eigentlich nicht der beste Inflationsschutz, das sind die Rohstoffe, wie zum Beispiel Kupfer oder auch Platin. Naja, also am Ende dieser ganz ganz großen Zyklen, weil du eben gerade gesagt hast, alles ist zyklisch, wo ich dir hundertprozentig recht gebe, aber gerade am Ende dieser ganz großen Zyklen, wo mehr oder weniger Anleihenblasen explodieren und platzen, ist gerade die Geldfunktion beziehungsweise Rohstoffe, die einen monetären Charakter hatten in der Vergangenheit, wie es zum Beispiel Gold und das Silber gehabt haben, ist natürlich hier fortzuziehen. Das ist meine Meinung. Ich selber habe Gold und Silber eher als wie andere Rohstoffe. Man kann natürlich immer was ein bisschen hineinmischen, wenn man möchte. Allerdings physisches Gold und physisches Silber am Ende dieser ganz ganz großen Generationenzyklung ist einfach die Nummer 1 und ich glaube nicht, dass irgendetwas da draußen Gold und Silber outperformen wird. So, dann schauen wir uns die letzte Frage an. Das schreibt Tom Repa. Wie immer Top Video und Analyse. Was ich mich frage, die Fed hat ihre Geldmenge enorm ausgeweitet, deutlich stärker als die EZB. Auch schon vor Corona am US-Repo-Markt wurden viele neue Milliarden Dollar gepumpt. Warum ist dann ausgerechnet der Dollarraum mit ebenfalls 0% Zins der einzige Währungsraum, in dem Gold noch kein Allzeithoch erreicht hat? Ja, das kann man eigentlich leicht beantworten, weil natürlich die globale Nachfrage nach US-Dollar extrem hoch ist. Wir haben immer noch den Dollar als Weltreserve-Währung und jedes Unternehmen da draußen braucht Dollar, wenn es international handeln möchte. Das ist einfach, der Dollar ist da immer noch die Nummer 1 und dadurch ist einfach die Nachfrage nach Dollar auch sehr hoch. Und daher muss man auch schon sagen, die letzten 10 Jahre waren halt sehr schwach in den Schwellenländern, war auch schwach in der Eurozone und da ist eben das ganze Kapital nach Amerika auch geflossen oder eben mit Dollars gehandelt außerhalb der USA und das hat einfach den Dollar relativ stark gehalten. Allerdings sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo genau das endet. Der starke Dollar meiner Meinung nach wird enden und wir sind schon kurz davor. Es kann natürlich noch ein bisschen seitwärts jetzt so dahin gehen, aber die Nachfrage nach Dollars wird in den nächsten Monaten und Quartalen stark abnehmen und der Dollar wird auch wahrscheinlich einen sehr großen Bärenmarkt übergehen. Gut, dann hoffe ich, dass ich die Frage beantwortet habe, wie Sie das wünschten und kommen wir schon zur Zusammenfassung. Helikoptergeld wird Inflationsschub auslösen, das ist klar. Es gibt keine Politik, die mehr inflationär ist wie das Helikoptergeld beziehungsweise MMT, also die Modern Monetary Theory, wo man einfach eben direkte Staatsfinanzierung betreibt. Die FED wird im Whatever-it-takes-Modus bleiben. Die werden weiterhin versuchen, den Aktienmarkt nach oben zu pushen, koste es, was es wolle. Denen ist nichts zu blöd, die werden alles machen und das Casino-Flair an der Wall Street wird auch böse enden, noch nie in der Geschichte hat sowas gut geändert, besonders wenn private Anleger in den Markt kommen, wird es immer ganz, ganz gefährlich, dann sollte man die Party so gut wie möglich verlassen. Das sind immer so die Anzeichen, dass wir ganz, ganz, ganz am Ende dieser großen Bullenmärkte sind und Edelmetalle sind einfach der einzige echte Schutz und Gefragter denn je in so einem Umfeld. Ja, meine lieben Zuhörer, es hat mich gefreut, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Geben Sie mir bitte einen Daumen hoch, das würde mich ganz, ganz freuen. Abonnieren Sie natürlich auch unseren Kanal und die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Bleiben Sie gesund und ich freue mich schon aufs nächste Marktupdate. Ihr Benjamin Deutsch für Kettner Edelmetalle.